Hallo und herzlich willkommen hier im Ratgeberstudio. Mein Name ist Birgit Schneider. Hier im Ratgeberstudio bin ich die Expertin für den guten Auftritt und für die Moderation. Heute möchte ich Ihnen ein paar Tipps geben, damit Sie sich vor der Kamera wohl und sicher fühlen. In meinen heutigen Tipps geht es um die richtige Kleidung für Ihren Auftritt vor der Kamera. Sehr oft werde ich von unseren Kunden im Vorfeld auf den gemeinsamen Drehtag gefragt, was ziehe ich denn nur vor der Kamera an? Im Grunde sind es fünf wichtige Dinge, die ich meinen Kunden mit auf den Weg gebe und worauf sie auch achten sollten. Mein erster Tipp, achten Sie darauf, was hinter Ihnen zu sehen ist und passen Sie Ihre Kleiderfarbe an den Hintergrund an. Hier im Kundengewinnungslabor haben wir zwei mögliche Hintergrundfarben. Zum einen ein reines Weiß und zum anderen einen Hintergrund mit beigen Raumelementen. Daher empfehle ich unseren Gästen, kein rein weißes Hemd oder eine rein weiße Bluse anzuziehen. Denn sonst würde man nur den Kopf und die Hände sehen, da der Rest sozusagen mit dem Hintergrund verschmilzt. Zusätzlich reflektiert das Studiolicht bei weißer Kleidung sehr stark und man sieht blasser aus, als man eigentlich ist. Daher, wenn es trotzdem ein weißes Hemd oder eine weiße Bluse sein soll, zusätzlich immer ein farbiges Sakko oder einen Blazer mitnehmen. Wenn Sie also in ein Studio eingeladen werden, fragen Sie im Vorfeld, welcher Hintergrund dort verwendet wird, um sich dann auch wirklich gut in Szene setzen zu können. Mein zweiter Tipp, tragen Sie Kleidung, in der Sie sich dem Anlass entsprechend wirklich wohlfühlen. Der Wohlfühlfaktor ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Kleidung. Denn nur wer sich wohlfühlt, kann sich auch entspannt vor der Kamera bewegen. Außerdem unterstreicht Kleidung, in der Sie sich wohlfühlen, Ihre Persönlichkeit. Achten Sie auf jeden Fall auf so scheuernde Markenschildchen am Kragen. Denn nichts ist schlimmer, als wenn es plötzlich irgendwo reibt oder juckt. Materialien wie Polyester und Seide sind zwar schön, sie sorgen aber dafür, dass sie schneller ins Schwitzen kommen. Studiobeleuchtung und die vielleicht doch vorhandene Nervosität können dazu führen, dass die Schweißproduktion erhöht ist. Und feuchte Flecken auf Bluse und Hemd können unangenehm sein und verhindern definitiv ein Wohlfühlgefühl. Mein dritter Tipp. Achten Sie darauf, dass das Outfit in allen Lebenslagen gut aussieht. Was meine ich damit? Also wie wirkt die Kleidung in der Bewegung? Wie sitzt sie an Ihrem Körper? Bei Männern zum Beispiel, wenn sie die Arme bewegen, sitzen die Arme des Sakkos auch noch in der richtigen Armlänge oder können sie den obersten Sakkoknopf wirklich schließen oder muss ihr Gegenüber Angst haben, dass er erschossen wird? Damen sollten darauf achten, dass aus hier im Brustbereich in der Bewegung genügend Spiel ist, also ohne, dass der Stoff zu sehr spannt. Ein vierter Tipp. Passen Sie Ihr Outfit am besten an Ihre Zielgruppe an. Es muss nicht immer der dunkelblaue Anzug oder das graue Kostüm sein. Die Kleidung sollte zwar Ihre Stellung und Ihre Seriosität unterstützen, darf aber durchaus authentisch sein. Was will ich damit sagen? Farbe darf durchaus im Spiel sein. Klar, nicht zu bunt oder zu schrill, aber die Zeiten der grauen oder blauen Mäuse ist auf jeden Fall vorbei. Trauen Sie sich was! Mein letzter Tipp. Vorsicht bei kleinen Mustern, den sogenannten Fischgräten, Hahnentritt oder Minikarus. Diese können in der Kamera oft so ein Flimmern erzeugen, den sogenannten Moray-Effekt. Wenn Sie so ein Kleidungsstück doch vor der Kamera tragen wollen, müssen Sie vor Ort unbedingt das Kamerateam dieses testen lassen. Ich empfehle Ihnen daher, immer ein Ersatzkleidungsstück mitzubringen, sollte es hier mit dem Kamerabild Schwierigkeiten geben. Das empfehle ich Ihnen sowieso. Wie schnell ist es passiert, dass gerade wenn man es nicht brauchen kann, irgendwo ein Fleck auf dem Hemd oder auf der Bluse ist. Lieber auf Nummer sicher gehen und einen Ersatz dabei haben. Ich hoffe, meine Tipps haben Ihnen weiterhelfen können und freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.